Von 9. bis 15. September findet die alljährliche Bichlaner Herbstgolfwoche im Golf- und Countryclub Schloss Bichlan statt. Im Rahmen der Bichlaner Herbstgolfwoche spielen Sie 7 Tage, 7 Turniere oder Sie nehmen an einzelnen Turnieren teil. Jedes Turnier bietet ein kulinarisches Rahmenprogramm. Mit dem Preis des Romantikhotels Schloss Bichlan wird die Bichlaner Herbstgolfwoche am Samstag, dem 15. September abgeschlossen. Im traumhaften Ambiente des Schlosses finden die gemeinsame Abschlussveranstaltung mit der Siegerehrung statt. Freuen Sie sich auf beste Stimmung inklusive Livemusik.